Die Kreativität kommt ja nicht einfach zu den Bürozeiten zwischen 9 und 5. Man kann nicht sagen, der Raum ist offen, wenn ich da bin. Man sagt, wir müssen etwas schaffen, dass die Jugendlichen den Raum autonom nutzen können, wenn ich nicht da bin. Man sagt, der Raum ist sicher offen, wenn ich da bin, also zu meinen Arbeitszeiten am Mittag am Abend und zu den Bürozeiten. Und dann bin ich ja auch immer am Mittwoch am Abend bis 8 Uhr hier. Dann bin ich nicht nur noch bei 5 Uhr hier. Dann kommen die meisten sowieso nicht. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, dass wir Jugendliche, die Musik machen wollen, die bekommen einen Schlüssel und die können sich dann einschreiben, also sie können sich bei mir melden. Momentan ist es so, dass sie sich bei mir melden müssen, wenn sie Raum rein wollen und wenn sie Raum rausgehen. Aber wir sind noch daran, so ein Sametsystem zu machen, nicht so im Zug mit der Homepage. Jetzt müssen wir uns wieder an der Homepage für die Jugendarbeit noch aufziehen.